Moin und willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Hermann und heute, wie ihr seht, geht es wieder um die TC08 von CAMPARK. Dies sind die ersten Aufnahmen, die ich mit dieser Kamera gemacht habe. Die Einstellungen sind auf 4K mit 30 FPS und ich bin eigentlich relativ zufrieden mit den Aufnahmen. Okay, die LEDs schmeißen so einen leichten Lichtkegel nach hinten, dass die hinteren Ecken nicht so schön ausgestrahlt sind, also etwas dunkler werden. Der Ton ist natürlich, naja, gar nicht vorhanden. Zumindest hört man nichts, aber sonst macht sie eine gute Figur. Ich bin relativ begeistert von der Kamera, wenn auch eben gerade wie im Zwielicht gesehen. Das Bild etwas schwammig und unscharf wirkt. Eigentlich hat diese Kamera 940 Nanometer Bereich LEDs verbaut, also die Noglos. Die sollten allerdings nicht zu sehen sein, aber ich habe hinten links eine TC22 zu stehen und die konnte nachweisen, dass sie teilweise doch zu sehen sind, vor allem wenn Starlight eingeschaltet ist. Aber ich will mal nicht weiter labern und lasst mal die Bilder sprechen und bildet euch gerne selber eine Meinung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bei dieser Aufnahme sieht man gut das LED Licht der angesprochenen TC22. LED Licht der angesprochenen TC22. LED Licht der angesprochenen TC22. Gus den Father in favourite delle serves wo waren? Und die hat er wahrscheinlich von allen. Gaande diese was mangeh estar. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.